Auf geht's. Ich will was sehen. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Na ja. Immerhin. Das ist voll. Das ich mal ein bissel heraufkippe mit meinem Gold. Das ich mir ein bissel bewegen kann. Ja. Ja. So, dann schauen wir mal. Ja, leck mal wasch. Muss das selber machen. Ja. Ja. Dann ist es voll. Dann haben wir es super. Aber jetzt glaube ich, wird es super aussehen. Ja. 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 Eigentlich war es schon Schlusskirchen. Null verhormat wo ein Breizgerichter. Na ja. Guck mal lasse. Jetzt sind wir zum Tepern. Oder so. Auf geht's. Ein bisschen mehr Zollen war vielleicht nicht schlecht. Das ist jetzt gar nichts. Auf geht's. Na ja. Hoppala. Da draußen mach ich meinen Akku voll. Ja? Das ist mein Ausgleich zum Zocken. Mit der Kraft schöpfen. Fast fünf. Aber nur fast. Vielleicht wenn Freispiele ich dann genauso gut. Oder besser. Ja. Bewegungsgeld. Ja. Sittadria. Bei diesem Automat. Ja. Auf geht's. Ja. Ja. Das ist ja gut, das ist Kino. Musik Klassisches Vorbild Erstes Freispiel Musik Musik Das war der Rüben. Musik Musik Nein, der Brassens zahlt. Vorher ist es schon auf Zehnerl gehabt, da war es 9 Euro noch was. Jetzt 30erl, jetzt 90 Euro. Einmal ein hohes Symbol und viel oder voll, das war es. Ja, das Symbol ist schon hoch. Ah, hast du gesehen, hinten war das Buch da, aber nicht lang. Und heute soll wieder 2. Ich brauche die Tussis, raus damit. Ich verarsche mich. Man soll es selber machen. Endlich jetzt tolles Erste mit den Symbolen. Ich brauche noch ein paar mehr. Ich brauche noch ein paar mehr. Ich brauche noch einen anderen Einsatz abwarten vielleicht. Ich brauche noch ein paar Stunden. Ich brauche noch ein paar Stunden. Vielen Dank.